Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf YouTube. Wir probieren heute mal was ganz anderes aus. Was machen wir heute, Schatz? ASMR. Ja, ich glaube schon. Freust du dich? Total. Wir werden jetzt verschiedene Sachen essen und probieren. Manche davon hast du vor allem Tuch noch nie probiert, oder? Ja. Vor allem hast du ja Gemüse und Obst. Und heute ist ganz viel Gemüse und Obst dabei. Wir fangen jetzt. Wir fangen jetzt mit der ersten Sache an. Womit möchtest du anfangen? Mit was Süßem. Okay, wie wär's mit? Nudelauflauf. Das heißt Nudelsalat. Oh. Das ist aber nicht süß. Nudelsalat. Okay, wir probieren Nudelsalat. Was muss ich jetzt machen? Du musst das essen und so hier kauen. Wir können das auch gleichzeitig machen. Okay. Was sind das für krasse Nudeln? Okay. So krasst du doch nicht ein echt. Ja, du bist drin. Okay. Und wie schmeckt dir das? Ich hasse diese Geräusche. Wie war das für dich? Merkwürdig. Okay. Sollen wir als nächstes Kinder-Bingo gehen? Oder was möchtest du? Wir gehen chronologisch vor. Was heißt das? Von Hauptspeisen zu Süßspeisen. Meinst du? Man hört uns von hier. Ja, man hört uns von da. Let's try Grissini. Was? Was ist das? Hast du das schon mal probiert? Nein. Das sind so Brotsticks. Die kriegt man manchmal beim Italiener. Die sind mit Sesam. 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 Ich habe es nicht so gut, aber ich habe es nicht so gut. Ist das so richtig? Soll es nicht spucken. Wie schmecken dir die? Trocken. Oder schmecken die? César. Wir bräuchten so einen Tipp. Nicht sehr. Sollen wir jetzt mal was trinken? Weil das war so trocken. Nein. Warum nicht? Erst das Eklige. Ich hab Trost. Und dann das Vergnügen. Wir können uns zwischen durchdrinken. Stimmt. Wie geht das auf? Zeig das mal den Leuten, was wir haben. Das ist San Belgrino. Belegrino. San Belgrino. Pompelmo hab ich. Italiani. Limonata. Zitrone und Pompelmo. Können wir das jetzt trinken? Ja. Erstmal auspacken. Was ist das für ein Kuschel? Was ist das für ein Kuschel? Oh, man. Magic. Es ist magic. Shake. Eins. Zwei. Drei. Das war ein Kuschel. Riech mal. Riecht gleich. Deins riecht anders. Meins riecht süß. Deins riecht sauer. Warum trinkst du so komisch? Damit man was hört. Können wir tauschen? Meins schmeckt bitter. Meins auch. Ich hab doch gesagt, wir sollen lieber Cola nehmen. Besser. Ja. Das schmeckt sehr sauer. Was möchtest du als nächstes essen? Egal. Er hasst Paprika. Über alles. Soll ich das so reinbeißen? Nein. Wieso nicht? Ach du. Ich hab das gern geschnitten. Ich beiß das so rein, dann schneide ich dir das. Okay. Ich hab das gerne geschnitten. Ich liebe Paprika! Warum muss ich das jetzt auch essen? Das ist gesund und hört sich schön an. Lecker! Vor allem ist das voll anstrengend. Wer hat das erfunden? Keine Ahnung, ich glaube Chinesen. Oh, das ist noch heiß. Kennt ihr das? Muss das hochhalten. Pass auf, das ist drauf. Okay, reicht. Das sind diese Jum Jum Nudelsuppen. Ich liebe die, aber diesen Geschmack habe ich noch nicht probiert. Das ist mit Beef. Ich esse normalerweise immer Ente. Und Ente ist richtig lecker. Ich glaube, du hast das noch nie gegessen. Wie findest du, wie riecht das? Nach Erdnuss. Nein, es riecht nicht nach Erdnuss. Nach Chinesisch. Ja, genau. Willst du anfangen? Ich will nach Hause. Wir sind zu Hause. Ich will nicht mehr. Mach jetzt. Wie isst man das? Einfach in den Mund stopfen und dann hochziehen. Wie die Chinesen. Wie schmeckt dir das? Ganz gut. Ich will nicht hin. Ich will nach Hause. Das schmeckt genau wie Ente. Das schmeckt genau wie Ente. Was essen wir als nächstes? Ich bin nicht mehr. Wir essen als nächstes die Salami, weil dann haben wir alles salzige. Nein. Nein. Ich glaube schon. Schmeckt ja nicht so gut. Kinderpingui. Ja, bitte. Sollen wir das teilen? Ja. Oder du bist Kinderpingui und ich esse Pfirsich, weil du das nicht magst. Sehr gute Idee. Du hast Pfirsich. 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 I love Pfirsich. 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 Ayo. Milzschnitte. Ich probiere jetzt den Fösserschön. Berühr dir mal, der ist pelzig wie ein Hummel. Fass mal an. Denkst du, ich habe noch nie eine Pfirsiche in der Hand gehabt? Du hast Schokolade. Ich auch. Das war jetzt mein Nübel ist. Ich liebe Pfirsich und er ist so saftig. Ich liebe Pfirsich und ich liebe Pfirsich. Ich liebe Pfirsich und ich liebe Pfirsich und ich liebe Pfirsich. Ich liebe Pfirsich und ich liebe Pfirsich und ich liebe Pfirsich. Ich liebe Pfirsich und ich liebe Pfirsich. Was war das? Mein Mark. Okay. Wir kommen jetzt zum letzten. Ihr isst Waffeln, Sushoko-Waffeln. Und ich hab was richtig Ich hab was richtig Gutes. Die sind mit Brause. Die so Es blubbert. Boah, das ist sauer. Boah, ich bin zu überfressen. Ich mache das nie wieder. Mir hat das voll viel Spaß gemacht. So Leute, das war auch unser letzter Snack. Wie hat es dir gefallen? Total, super. Was hat dir am besten geschmeckt? Die Nudeln tatsächlich. Jum Jum. Jum Jum. Mir hat am besten der Pfirsich geschmeckt. Pfirsich oder Pfirsich? Pfirsich. So Leute, das war für uns auch eine ganz neue Erfahrung. Ich hoffe, wir haben das gut gemacht und ihr konntet ein bisschen entspannen. Wir werden es, wenn es euch gefallen hat, sowas auf jeden Fall in Zukunft öfter machen. Und dann muss ich mir sowas sagen. Was soll ich denn sagen? Gute Nacht. Gute Nacht. Wir würden uns freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt und unseren Kanal abonniert und mir auf Instagram folgt. Sehr gut. Tschüss. 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 Und du hörst dich? Gut. 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 Ich bin sehr schön. Was soll ich jetzt noch? So. 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 Vielen Dank.